Hey Leute, willkommen zurück zu Stalker, Call of Pripyat. Alles klar. Leute, ich war nochmal im Zartorn, hab meine ganzen billigen Artefakte verkauft, wie ihr mir die ganze Zeit schon gesagt habt. Ja, es war mal an der Zeit und ich hab mir noch was Schönes gekauft, ne? 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 Wer sieht's? Wer sieht's? Ha! Hier! Eine Bulard-Kampfrüstung hab ich mir gekauft. Ich weiß, das Exoskelett ist natürlich um einiges besser. Hab ich nämlich bei Uhu. Hat mir ja jemand freundlicherweise geschrieben, dass ich das irgendwie wohl übersehen habe bei Uhu, dass der jetzt neue Rüstungen im Angebot hat. Und das hier war die Beste, zumindest was die Impact Negation angeht. Also ihr seht's ja unten, diese, ja, diese Mauer quasi, diese Ziegelmauer. Das heißt, wenn ich jetzt angeschossen werde, mach ich ja normalerweise immer sowas hier so. Und drehe mich ganz schnell um die eigene Achse und was weiß ich. Verliere meine Waffen. Und das ist jetzt ein bisschen dadurch zurückgeschraubt. Ebenso mein Armor ist höher als noch mit der Sunrise Bodysuit. Mein Thermoschutz und ich glaube mein elektrischer Schutz ist auch ein bisschen höher. Ich kann's nicht sagen, auf jeden Fall ist das Ding im Allgemeinen um einiges besser. Auch wenn ich nur zwei Artefaktbehälter habe. Was aber nicht schlimm ist, da ich ja eh immer nur zwei tragen kann. Gut, schön. Ah, guck mal, Nebel und es regnet. Leute, ich liebe das. Ah. Ich bin heute irgendwie ein bisschen aufgedreht. Ich sag euch, woran's liegt. Ich hab wieder was Schönes vom Lidl. Ja, die haben neue Energydrinks. Muss ich jetzt mal ein bisschen Product Placement hier. Oh, oh. Ja, leckere, leckere, leckere Mojito Energydrinks. Aber natürlich ohne Alkohol. Calpirinia gibt's auch, aber die find ich eklig. Mojito ist ja quasi, ähm, Pfefferminz und Limette. Vom Geschmack her. Nur halt ohne Alkohol. Und das ist total lecker, das Zeug. Calpirinia find ich eklig, weil das ist ja mit so braunem Zucker und Limette und bäh. Aber das hier ist goodie good. Also, nee, ähm, was ist das? Minze, Puderzucker und Limette. Total lecker. Und macht ganz schön fit. Das habt ihr sicher auch schon mal gemerkt. Oder mir wurde's auch schon gesagt. Was bist du denn heute so fit, Bruga? Bist du ja total aufgedreht. Ja, die macht das Energy. Ich weiß nicht, Kaffee wirkt irgendwie gar nicht mehr bei mir, das Zeug. Den brauch ich morgens zum Wachwerden, aber dann ist irgendwie auch... Ah, nee, hier strahlt's wieder so. Okay, der Doktor, 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 Professor Doktor, Kulrabi hat mir gesagt, ich werd hier noch was Schönes finden. Hat er mir ja in Skype geschrieben. Ich soll... Ah, warum strahlt's hier überall so? Hör da aufzustrahlen, Mensch. Ähm, irgendwo hier soll was sein. Im Südwesten von Kopatschi. Kopatschi. Ich dachte erst, das wäre irgendwas zu essen, aber nee, Kopatschi ist hier der Ort. Hab ich ganz vergessen wieder. Ja, ich hab die ganze Zeit F gedrückt. Vielleicht seh ich ja irgendwo einen Stash oder... Oder so. Okay, ich verliere keine Lebensenergie, weil ich so viel Strahlenresistenz habe, aber... Beziehungsweise Strahlenabsorption. Äh, hier vielleicht... Ja, tatsächlich. Komm. UMP 45. Was ist das? Was ist das denn? Oh, das ist ne Knarre. Warte mal, ich muss erstmal hier raus und guck ich mir die mal an. War's das, Kulrabi? War das das, was du meintest im Südwesten? Ähm, ich hab auch noch einen Tipp gekriegt, aber auf den geh ich gleich ein. Ich guck mir erstmal das Teil hier an. Äh, UMP 45. Eine deutsche... Oder die deutsche Firma Heckler & Koch. Ah, A und K ist das ja, glaube ich. Abkürzung. Äh, wollte eine SMG, eine Submachine Gun herstellen mit mehr Stoppwirkung als die MP5. Und so haben sie, äh, ja, größeres Kaliber dazu benutzt. Und 45er seht ihr ja, 45er ACP. Blablabla. Größere Runden bedeuten, also größere Kugeln bedeuten mehr Rückstoß. Also wurde der bei der RPM drastisch reduziert. Aha, große Waffe für Kämpfe eben. Ja, gut. Werde ich nicht nutzen, werde ich verkaufen. Aber danke, wie gesagt, für den Tipp. Dann von Captain John Price. Habe ich gehört, irgendwo hier oben im Nordwesten soll auch noch was sein. Über der Anomalie. Werde ich doch auch mal gucken. Ja, wie gesagt, Leute, solche Tipps sind okay, wenn ihr mir sagt, geh mal in die Ecke und guck mal. Aber nicht sagen, was dort ist, dann ist das gut. Wenn ihr ganz explizit sagt, da gibt's das und das. Geh da hin, da gibt's die Waffe. Habe ich ja letztes Mal ein bisschen geschimpft, ne? Ihr wisst das. Ist ja nicht persönlich gemeint. Gegen Leute, die mir Tipps geben. Oh, das ist ein Arsch. Ja, so ein Mutantenarsch ist das wieder. Aber, ja, ihr wisst schon, Komplettlösung brauche ich keine beim Spielen. Bist du... Ist der verbuggt? Der hat sich eben gar nicht mehr bewegt? Hallo. Hihihihi. Okay, er ist tot. So, dann guck ich mal. Warte. Aha, ja. Quicksave. Oh, das sah eben schön aus. So ein Sepia-Filter. Aha. Okay, okay. Ich muss gucken, dass ich hier kurz schnell mal durchkomme. Artefakte habe ich ja schon geblindert letztes Mal. Ach, guck mal, hier geht's ja echt rein. Oh, alter Schwede. Okay, gleich mal in den Kullerbock rein. Und was erwartet uns hier? Achso, ich habe übrigens noch einen schönen Schallye gehabt für die AK. Sehe ich... Habe ich gar nicht gewusst, hatte ich noch in der Kiste im Zartorn liegen. Warum auch immer ich das nicht draufgeschraubt hatte. Was ist das denn? Ist das ein Flugzeug? Tatsächlich. Wie geil. Das ist eine Drohne. Guck mal, so eine unbemannte Drohne ist das einfach. Ich glaube, die gleiten doch nur. Die haben keine Propello oder... Propelloa? Propelloa ist es. Das ist ein Rofelkopter. Die haben, glaube ich, auch kein Düsentriebwerk. Ich weiß gar nicht, wie das richtig funktioniert. Aber... Aha, Memory-Modul. Ein Memory-Modul. Ach doch, ja, die haben ein Triebwerk. Vergesst das. Ne, ich wollte nur sagen, die sind, glaube ich, doch ziemlich stromsparend oder treibstoffsparend, diese Teile. Solche Wetterdrohnen, die kreisen doch ewig über Gebieten. Naja, oder Spionagedrohnen, kann man auch sagen. Ich kenne mich da nicht so aus. Also, wenn ich jetzt irgendwie was Halbgares erzähle, dann nimmt das nicht so voll. So, gut. Dann würde ich sagen, äh... Was mache ich damit? Das Ding muss ich entschlüsseln lassen, hieß es, ne? Decrypt. Ich würde sagen, ich weiß schon, welcher Mann der Richtige dafür ist. Hostage. Achso, ich muss noch mit Grizzly. Jaja. Unlock oder Unblock the Memory-Module. Dazu gehe ich mal zu meinem lieben Freund Nitro. Oh, mal gucken, was... Oh. Ach, das sind Freunde. Ich dachte schon, ja. Hab zu spät auf die Minimap geschaut. Ah, weiß ja nie. Immer vorsichtig. Warte mal. Warte mal. Kumpel, bleib mal kurz stehen. Ja, ich rede. Ja, ich rede. Привет. Äh, hier Kumpel, ich hab was für dich. Hier, Trade. Erst mal eine Handgranate. Willst du die Waffe kaufen? Oh, der hat nicht genug. Schade. Aber mal gucken. 989. Mal sehen, was mir der Hawaiianer dafür gibt. Hui. Auf jeden Fall hoffe ich ein bisschen mehr. Was kostet... Was ist die denn wert? Laut meiner Zählung. Steht nicht dabei. Stand das nicht mal dabei, was Waffen wert sind, wenn man sie in dem Inventar betrachtet? Oder war das mit Vorgängern? Weiß ich jetzt gar nicht. Achso, noch was. Ihr habt mir leider nicht geschrieben, ob ich das Oasen-Artefakt... Beziehungsweise habe ich jetzt die Kommentare noch nicht dazu gelesen. Ob ich das Artefakt verkaufen soll. Oder beziehungsweise soll ich es den Wissenschaftlern abgeben? Gibt es da was Feines? Ich wollte eigentlich speichern. Aber ich finde das doof, wenn ich da irgendwie alle meine Möglichkeiten abstecke und dann immer speichere und lade. Wenn ihr mir das sagt, ist das dann schon okay. Weil Beard wollte es auch haben im Zaton. Und ich glaube, dem Hawaiianer hier kann ich es auch verkaufen. Ich glaube sogar Uhu. Also irgendwie kann ich das Ding jedem andrehen, das Herz der Oase. Aber möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Weil, ne? Wer weiß, für was das Ding noch zu gebrauchen ist. Vielleicht für irgendeine ganz super tolle Quest, bei der ich was ganz Geniales rauskriege. Und ihr schimpft dann wieder mit mir und sagt, Puga, wie kannst du nur? Genauso wie den PDA dieses einen Stalkers mal. Ja, das war halt doof. Aber ich wusste es echt nicht. So, gucken wir mal. Was kann ich denn loswerden? Die ganzen Waffen hier finde ich alle doof. Die Galil habe ich schon. Ach, und ich bin so blöd, ich habe die Zombie-Pille verkauft. Ihr sagtet mir, die kann man nicht kaufen im Spiel. Ihr wisst schon, die gegen die Emissionen, dass ich mich da kurz irgendwie schlafen legen kann. Und dementsprechend... Ja gut, ich verkaufe das Ding. Ja, 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 ich verkaufe das. Dass ich dann dementsprechend halt eine Emission überleben kann. War jetzt nicht so toll, ich weiß. Aber vielleicht habe ich ja Glück. Und in Zukunft kommen überhaupt gar keine. Genau. Und in Zukunft kommen überhaupt... Ja, ist ja gut. Und ja, mal gucken. Ich denke mal, ich muss jetzt einfach ein bisschen mehr aufpassen, ohne diese Zombie-Pille. Gut. Jetzt habe ich halt extra den Schally drauf gemacht. Wäre schade, wenn ich die jetzt schon loswerde, die AK. Aber ich möchte halt die Schuss noch verballern. Und hier habe ich mir auch ein Fernrohr drauf gemacht, wie ihr seht, auf die Arms of Striker. Ich glaube, die werde ich mir bald mal mitnehmen. Auch wenn ich sagte, ich will sie erst reparieren. Aber für was brauche ich jetzt noch Großkohle, ist halt die Frage. Vielleicht für diesen... Ja, ich sag's mal nicht. Da kommen wir vielleicht bald schon hin. Hihi. Ja. Ich sag's nicht. So. Soll ich das mit... Nein. Genau, genau. Ich wollte was machen, was mir ja leider gespoilert wurde, wie ich erzählte. Ja, ist halt ein bisschen doof. Aber ich kann ja nicht jegliche Kommunikation mit euch ablocken, was das Spiel angeht. Also sofort PNs löschen, Facebook missachten und Kommentare nicht mehr lesen. Ist halt doof. Manchmal bleiben Spoiler nicht aus. Aber naja, wenn man sich da mal vorher an der eigenen Nase packt und sagt so, hm, Moment. Der Bruger, der kennt das Spiel ja gar nicht. Dann ist das vielleicht zu vermeiden, sag ich mal. Ich werde mich auch mal ganz kurz hier umschauen. Das habe ich die ganze Zeit ein bisschen missachtet. Aber zum Beispiel so eine Sache mit der Oase. Ich hätte das nie gefunden, wäre ich nicht einfach mal stur die Eisenbahnschienen weiter runter. Das war echt ein Glücksgriff, dass ich das gemacht habe. Weil vielleicht gibt es hier auch noch was in der Richtung. Ich bin halt so schwer belastet. Was ist denn so schwer an mir? Meine Knochen sind so... Nein. Irgendwas habe ich dabei, was so schwer ist. Warte mal. Was ist das so eine alte hier? So eine alte hier, ja. Es ist so eine alte Bausiedlung, wo die Bauarbeiter drin gewohnt haben. Kann das sein? Ich denke mal sowas... Vorsicht. Ich denke mal sowas wird das sein. Möchte ich da was an der Führerkabine? Ja, ich weiß nämlich schon. An dem großen Bagger gibt es auch eine Führerkabine. Und da ist was drin, was ich haben will. Was ich möchte. Was ich brauche, um das gute Ende zu bekommen. Hm. Aber im Moment sieht es nicht so aus, als wäre hier was. Das ist alles sehr leer geräumt. Nee. Ja, keine Sorge, wenn ich sowas mache. Ich habe halt immer den Finger auf F. Auch wenn ich langsam einen Krampf kriege in den Zeigefinger. Das ist okay. Die Items sind es wert. Hm. Okay. Ach, warte mal. Da geht es noch rauf. Da geht es ja noch rauf. Oh. Auch nichts drin. Guck mal, da ist nirgends wo was. Okay, in dem Falle jetzt lohnt es sich wohl nicht, das alles abzusuchen. So wie bei der Oase. Hui. Komm ich da rüber? Komm. Ah. Ich muss schon sprinten. Na, warum sprintest du nicht? Und. Hui. Jawohl. Ja, jetzt stehe ich hier, ne? Super. Bringt viel. Das ist überall zu. Keine Stashes. Ne. Leute, hier ist nichts. Ich glaube, ich verschwende hier meine Zeit. Solange nichts auftaucht in weißer Schrift, weil ich die ganze Zeit den Sucher halte, ist das alles Kappes hier. Alles Weißkraut. So, dann wollen wir mal gucken, wie ich da raufkomme. Auf die Krone. Oh, guck mal. Das ist ja genial. Seht ihr es? Also, das ist ja kein Kran. Das ist ja ein riesiger Bagger. Guck mal, diese Betonklötze zum Ausgleich des Gewichts. Dass das Ding nicht nach vorne überkippt, wegen der riesigen Bagger-Schaufel da. Ist das nicht geil? Ich finde solche Riesenmaschinen echt super. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, oder? Da gab es mal im... Ich habe da mal eine Reportage gesehen. Oh, guck mal, das sind ja Wissenschaftler. Ne. Ich dachte eben, die haben solche SEMA-Anzüge, aber das sind Freiheitsstalker scheinbar. Ach komm, mach dir mal. Ich will mich da nicht einmischen. Genau. Ich habe mal eine Reportage gesehen. Da wurde so ein riesiger Schaufelbagger durch ganz Deutschland bewegt. Ich glaube, davon gibt es nur einen einzigen in der Republik. Und das dauerte auf jeden Fall mehrere Tage. Das war eine logistische Meisterleistung. So was... Ich gucke in letzter Zeit so viele Dokus und Reportagen. Ich finde das so super interessant. Also warum soll ich mir irgendwelche langweiligen Filme angucken, wenn es so was gibt? Wissenswertes einfach mal. Das war nicht so gut. Aber ich glaube wirklich, über den Ast hier komme ich rüber. Oder Baum, wenn man es so nennen kann. Ja, gerade Dokus mit Insekten ist alles so ein Thema sehr, sehr interessant. Finde ich. Finde ich. Oh Gott, das ist ja halsbrecherisch hier oben. Guck mal, es könnte ja auch so ein kleines Ästchen hier balancieren und rumspringen. Aber gut, ich meine, was die Engine halt hergibt. Ah, Achtung. Yes, 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 yes. Der Kletter-Max. Ich weiß nicht. Gibt es denn ein Artefakt eventuell? Ne, eine Anomalie gibt es da. Direkt irgendwo unter mir, vor mir. Ich weiß es nicht. Wow. Okay, ich wollte nicht runterfallen. Ich habe jetzt irgendwie so Panik bekommen. Oh, da ist was. Eine Gravitationsanomalie da vorne. Ja, das sind diese weiten Kreise. Oh, Alter. Was ist denn da? Da ist Säure, aber... Oh. Leute, ich glaube, ich habe es gefunden. Was ich da erfahren habe. Ein Stash. Und... Oh, da ist ganz schön viel Zeug drin. Was haben wir da? Papiere. Eine Notiz an Ghost. Ach, den kennen wir doch. Aus Shadow of Chernobyl. Das war einer von Strelok's Gruppe, glaube ich. Äh, eine Notiz auf der Rückseite eines alten Dokuments. Ghosts. Ich nehme meine Sachen. Danke für das Gewehr, also für das Sturmgewehr. Ich werde es noch brauchen. Im Austausch lasse ich dir etwas von Doktors medizinischen Vorräten übrig. Ich habe es geschafft, den Söldner in eine Falle zu stellen, die mir hinterher waren. Und so werde ich sie nicht brauchen. Hoffe ich doch. Ich werde Fang treffen. Er hat es geschafft, den Decoder zusammenzubauen. Lass uns an unserem üblichen Ort treffen. Wenn du es schaffen kannst. Das ist Strelok. Ah, okay. Von Strelok. Unserem alten glatzköpfigen Schießer. Fast glatzköpfig. Geheimratsecken Deluxe, sage ich nur. Okay. War es das jetzt hier? Kann ich jetzt versuchen, wieder runterzukommen von dem komischen Bagger? Wenn ich es dann schaffe, guckt euch das mal an. Da geht es noch rauf. Oh, da kann ich ja noch ewig weit hochklettern. Wie geil ist das? Ich mag sowas. Ich mag auch gerne Parcours. Ich wünsche, ich würde es selber können. Aber die Russen sind da ja ganz groß drin, muss man sagen. Russen und Franzosen. What? Du verbraust. So viel Ausdauer beim Leiter hochkraxeln, das wusste ich gar nicht. Wow, guck mal. On top of the world, sage ich hier. Oh Gott. Soll ich da jetzt... Kann ich da rüber balancieren? Warte mal, das wäre extrem lustig. Ich bin nur noch geduckt. Warum rennt er dann so die Leiter hoch? Ah. Ah. Okay, ich drifte dann ein bisschen nach rechts ab, wenn ich rüber laufe. Aber das sollte gehen. Guck mal, die Leiter da drüben, die ist total zerstückelt. E. I. A. O. I. A. O. I. A. Geschafft. Oh. Alter. Alter Schwede. Kann ich da die Leiter runter? Das ist so cool. Aber gefährlich. Es ist cool und gefährlich. Da ist gar keine Leiter mehr, Leute. Soll ich denn da runterkommen? Da unten redet einer. Was will denn der? Kann ich da das Kabel runter? Ist ganz schön steil, ne? Komm, ich versuch's. Ja. Pussy safe. Ah. Oh. Oh, ich rutsche. Ich rutsche? Wie geil ist das denn? Oh. Nein, nein, nein. Ah. Okay. Aber ich bin unten. Ich hab's überlebt, tatsächlich. Das ist ja krank. Ja, okay. Wenn ich noch was da oben vergessen habe, schreibt's mir ruhig. Dann geh ich da nochmal hoch. Ich bin froh, dass ich erst mal unten bin. Hä? Da liegt einer. Na, Kumpel. Was hast du für Schmerzen? Ah, Kumpel, verdammt, ich sterbe. Äh, äh, ähm. Hier, komm, stütz dich auf mich. Ich bring mich zu einem Mediziner. Danke, Freund, aber das wird nicht helfen. Hör mir zu. Ich war ein Mitglied der Freiheit. Wir haben ein Artefakt gefunden. Ich bin in eine Gasanomalie getreten, auf meinem Weg zurück. Wenn er mir geholfen hätte, hätten wir es schaffen können, aber... Ah, er nahm das Artefakt und hat mich hier zurückgelassen. Er sagte, er würde Hilfe holen. Finde ihn. Ich möchte die Menschen wissen lassen, dass man ihm nicht trauen kann. Okay, ich finde ihn. Wer auch immer das jetzt war. Ach, Splinter. Da ist Splinter, dieser Stalker. Oh Gott, ist das hier übel. Ganz nebelig. Ich hab grad ein bisschen Schiss. Aber hier scheint's ruhig zu sein, soweit, in dieser komischen Senkgrube. Was ist das überhaupt mal gewesen? Äh. Was ist das? Oh, ist er jetzt grad gestorben. Die Quarry, der Steinbruch. Ja, er ist gestorben. Okay. Spür mal ein bisschen Arsgeier. Oh. Darf man ja mal machen, ne? Darf man ja machen. Wenn er tot ist, dann kann er sich eh nicht mehr darüber ärgern. Oh Gott, will ich hier Ausdauer. Warte mal, ich hab so viele... Äh. Die hab ich ja alle in der Kiste gelassen. Verdammig. Ein schönes Herkules. Oh Gott. Das ist ja am Brodeln. So, machen wir's mal so. Also, ich sehe leider keiner an der Fakte. Oh, komm mal. Ah. Da läuft die Schlotze von der... Vom Himmel. Ich wollte schon sagen, von der Decke. Aber gibt's ja gar nicht hier. Oh. Oh. Ich sollte vielleicht mal chemischen Schutz reinhauen. Aber das geht im Moment, glaub ich. Na, hier ist gar nichts mehr. Ach komm. Ich gönne mir mal eine Erste Hilfe. Hab hier grad ein paar bekommen. So, jetzt ist die Frage. Will ich denn... Ja komm, warte mal, warte mal. Die Uhr sagt 17 Uhr. Ich könnte ja versuchen, das zu verbinden. Ach, da ist ja noch ein Stash. Sieh mal an. Sieh mal an. Äh, ich könnte versuchen, diese Mutanten zu töten. Und dann vielleicht weitergehen zum Ventilationskomplex. Letztes Mal war die Chimäre nicht dort. Ah, ich hab's schon wieder vergessen. Ich wollte mit dem Typen in der Station reden. Vielleicht muss ich die Quest von ihm erst annehmen. Aber... Ich weiß nicht, ob das jetzt ging. Also... In der Skardowsk, da konnte ich nichts mehr annehmen von... Wie hieß er nochmal? Von dem Fuzzi halt, der mir den Auftrag zuerst gegeben hatte mit der Jagd. Bei ihm war nichts mehr zu holen. Ich hab so viel Zeug dabei. Wie lange hält das nochmal? 300 Sekunden, ne? Ja, es ist zu lang... Äh, zu kurz. Viel zu kurz. So, ich hab... 100 Scanner dabei mittlerweile. Oh, oh. Gut. Na, wollen wir mal schauen. Oh, ich hätte so gern mal endlich... Mehr Slots. Am liebsten 5 Slots. Ah. Oh nein. Oh nein. Ja. Snog. Okay, weißt du was? Ich muss meine letzte Moon vorballern. Meine Panzerbrechende. Und dann hab ich nichts mehr. Oh nein. Ich bin doch nicht müde, oder? Ich seh alles schon verschwommen. Warum bin ich müde? Ah, ich hab gar nicht mehr geschlafen die letzte Zeit. Ah, das ist schlecht. Das ist schlecht. Was sagt denn die Uhr? Moment. Äh, ja. Ne. Gut. Da muss ich das. Da muss ich das. Das mach ich jetzt. Ich guck mal, was es für Viecher sind. Vielleicht schaff ich's vielleicht auch nicht. Warte mal, aber da nehm ich die Schrot lieber. Wenn's da rein geht. Oh man. Oh man. Ja, wahrscheinlich sind so ein paar Blutsauger oder so. Mit denen komm ich ja mittlerweile ganz gut klar. Von daher. Oh, da hängen Pläne. Ein Kalender. Na. Was ist denn das? Egal. Ich kann's nicht sammeln. Ah, ihr habt mir was Schönes gesagt. Ich kann zum Beispiel dort, wo ich für Nitro, das Kram, das Zeug, das Kram, genau. Das Zeug holt ihr in der Zementfabrik. Da kann ich mir wohl Anomalien oder Emissionen besser gesagt angucken. Also, aus dem Fenster schauen und dabei keine Lebensenergie verlieren. Das ist doch mal ne super Sache. Ja. Schisshasen, safe. Was ist das? Habt ihr das Laufen gehört? Nein, das ist irgendwas mit Psy. Äh, Psy. Psy, meine ich doch. Das ist ein Psy-Vie. Mal gucken, ob ich's gleich sehe. Das sind bestimmt wieder diese Manipulatoren, oder? Mit ihrem... Da wählt mir schon der Wind entgegen. Das muss ja nicht... Ach, guck mal, du! Du bist das! Du bist das, mein Freund! Oh! Da ist ja noch einer! Komm, mach das Ding weg! Nein! Na! Du Dreckschwein! Lass mir meine Waffen jetzt mal! Oh, der lebt ja immer noch! Na! Du Dreckvieh! Jetzt mal ohne Witz! Alter Verwalter! Seid ihr nur zu zweit, oder wie? Oh, komm schon! Nein! Ah, Mann! Oh! Okay, der Jagdauftrag ist verendet. Meine Güte! Hat der noch eine Waffe von mir weggesaugt, näher, oder nicht? Oh, garstige, garstige Viecher, ne? Aber ich... Hab's eigentlich ganz gut erledigt, glaube ich. Die waren letztes Mal... Also der eine da... Da wusste ich ja erst nicht, was ich zu tun habe. Warum sag ich die? Das war ja nur einer. Zu Glück gibt's die scheinbar nicht so oft, die Viecher hier. Boah! Ekelhaft! Ich glaube aber... Ich werde mal noch ein bisschen hier rumgucken. Da gibt's doch bestimmt noch was Verstecktes. Bestimmt noch ein Stash oder sowas. Komplett denn so wenig Ausdauer auf einmal. Oh, guck mal, ich sehe schon wieder alles verschwommen. Ja, ich werde langsam wirklich hundemüde hier. Also der liebe Dektareff, nicht ich. Ich bin eigentlich fit. Tralala! Ja, hier scheint's nichts zu geben. Mann, das ist doch doof. Ich hab jetzt gehofft, dass hier noch ein Stash liegt, oder? Ne? Irgendwann zum Aufsammeln. Naja. Immerhin eine Quest erledigt. Was ich hier auch nicht durchsuchen kann. Was haben die denn alles in ihrem Mantel drin? Die haben doch bestimmt... Die erinnern mich irgendwie an so kleine Schmuggler, wisst ihr? Aus Rollenspielen. Das sind immer die, die den Mantel aufmachen und euch dann ganz viel Kram andrehen wollen. Die Händler an den Spielen. Ja, nicht, was ihr jetzt denkt. Keine Blitzer oder so. Oder keine Exhibitionisten. Ne, ne, ne. Schon richtige Händler. Okay. Irgendwie ist da... Ich hab nie Glück mit den Holzkisten. Kann das sein? Ne, hab ich nicht. Hab ich nicht. Naja. Was sagt die Uhr? 18.20. Reicht das schon? Ich weiß es nicht. Dass der sich aber nicht irgendwie so ein bisschen... Was weiß ich? Koffein oder sowas reinziehen kann? So eine Thermoskanne Kaffee und dann ist er wieder fit? Ne, wenn er Bubu machen muss, dann muss er halt Bubu machen. Der liebe Stalker. Na gut, aber es lief ja ganz gut. Ich bin eigentlich sehr zufrieden. Ich hoffe nur, dass meine Moon noch ausreicht für diese Chimäre. Ja, wobei. Naja. Schauen wir einfach mal. Ich geh mal kurz hin. Vielleicht schaff ich's noch in der Zeit. So. Jetzt kann ich ja wieder ein bisschen sprinten und krieg Ausdauer sogar dabei. So, da unten ist es. Tö, 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 tö. Das müsste mal gehen, oder? So fit muss man mal sein, dass man während des Rennens wirklich rennen. Ich jogge ja nicht nur. Ich sprinte ja wirklich teilweise hier. Noch Ausdauer zurückkriegt. Das will ich mal sehen, du. So. Bin ungefähr auf dem richtigen Weg. Na, vielleicht kann ich ja noch was erledigen, diese Folge. Auf jeden Fall, das hier werde ich mir ganz zum Schluss erst gönnen. Diesen Stingray. Dann ist der schuldig mir dann, wenn ich dort unten beschäftigt bin. Weil ich will vorher noch eins, zwei andere Sachen machen. Und zum Beispiel mit Grizzly gehen und den einen Stalker befreien. Pipapo. Die Banditen sind ja alle ausgelöscht hier. Kniehihi. Wer das wohl war? Wer macht denn einfach hier so ein Banditennest platt? Kann ich gar nicht nachvollziehen, Leute. Gut. Gleich bin ich dort. Und dann gucken wir mal. Vielleicht. Au, Stacheldraht. Oh, habt ihr das gehört? Oh, wenn ich nicht so müde wäre. Das färbt voll ab. Ja, aufgedreht und müde sein. Das ist total komisch. So. Meine liebe Chimäre. Kommst du heute noch, oder? Ich muss hier echt mal wirklich geplant hingehen. Mit der Quest in der Tasche und alles. Weil so habe ich, glaube ich, kein Glück. Das gefällt mir gerade nicht. Ihr wisst, was das heißt. Ich gehe mal darüber zu den Banditen in die Gebäude. Ich muss wieder was aussetzen, liebe Leute. Weil, äh. Ja, genau das muss ich aussetzen. Ja, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Dann schaffst du, schaffst du, schaffst du. Ich will nicht drauf gehen. Warum kommen in letzter Zeit so viele Emissionen, sag mal? Wow. Ist das so geil. Oh, komm, komm, komm. Oh, schön, Leute. Ich werde hier speichern. Aber ich will mir das mal anschauen. Von hier drinnen geht das. Kann ich das hier überleben? Ah. Ne, kann ich nicht. Okay, vergesst das, Leute. Ich beende den Part. Würde mich freuen, wenn ihr mir was Schönes da lasst. Bewertungen, Kommentare. Und ihr habt meine ewige Liebe verdient. Und die Liebe der Zone. Wir sehen uns wieder bei Stalker. Call of Pripyat. Und ihr habt eine neue Idee. Und jetzt muss ich nas bei Sohn cameras. Also wir haben hier unterrichtet. Wir sehen uns einmal. Bis zum nächsten Mal.